Hallo meine Zuschauer und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dalek Mods. Folge 11. Ähm, letzte Folge waren wir ja in einer Höhle. Und, äh, so viel Eisen, äh, das kann man gleich glauben. Ähm, ja. Ich hoffe man hört das. Das ist mir ein bisschen leiser jetzt gestellt, wenn man mich sonst nicht hört. Während, das ist, naja. Ähm, jo, was ich gemacht habe, äh, ich hab uns ein, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ein Zweck Charter gebaut. Denn, ich hab nämlich gesehen, hier, wir haben alle Teile, um einen Schallschraubenzieher zu machen. Genau. Hey, cooles Glas hab ich noch gemacht, äh, durch Packtehen und Bonemail. War nicht so schwer, eigentlich, also. Jo, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt kurz noch den Schallschraubenzieher. Bam. Und Bam. Nice. Man kann ihn sogar leveln und dann wird er besser. Level 1 und 15. Oh. Evening Open, Open Doors. Es gibt zwei Modi, Jule. Kann ich damit? Und das ist klar, ähm, irgendwo eine Eisenfalltür oder so. Ja. Genau, damit können wir jetzt, das auf und zumachen. Ja, und hier sehen wir halt, äh, welche Blöcke wir vor uns haben. Ähm, eigentlich relativ cool. Genau. Jetzt wollten wir mal kurz gucken nach der Karte, weil, äh, war das aus Titanium? Ne, warte mal. Was war das denn? Oh, das ist noch Eisenbund. Nehmen wir mit. Mal ganz kurz gucken, ob wir aufnehmen. Das wäre jetzt... Ja, wir nehmen auf, alles gut. Wäre jetzt etwas dumm. Ähm. Genau. 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 Äh, was war das denn? Das Silikon war das, ne? Genau. Äh, ha, 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 ha. Der Master? Nee. Pirate Relative Dimensions in Minecraft. Klingt cool. Blue Fire. Den sonst bräuchten wir dafür. Ha, bräuchten wir einen Eimer könnten wir machen. Tempos. Achja. Pro Notis. Alter, hier gibt es aber auch so viel, ne? Geistes Feld. Hm. Ja, was machen wir? Was machen wir? Ja. Da denk mal Gingerbread. Haha. Pokéball? Ne, Pokéball machen wir auf gar keinen Fall. Äh, wir nehmen. Oh Mann. Das, was am einfachsten ist. Kühlschrank, Baum, Hexon. Oh. Für einen Quarz. Wir haben Quarz. Lass die machen. Die machen wir. Okay, brauchen einen Messer Quarz. Äh. Wo ist das? Wo, wo ist das Quarz, was wir abgebaut haben? Da. Oh mein Gott, ey. Okay. Davon brauchen wir drei. Dann brauchen wir, äh, zwei Silikon. Was war oben nochmal? Ah ja, drei elektronische Sch... Verdammt. Hm. Okay, ähm. Das heißt, wir müssten nochmal ein paar Daleks warm gehen. Sollte aber nicht schwer sein. Das mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Auch nochmal mit. Radiation Pils nehmen wir mit. Okay, ein Schild haben wir. Das ist gut. Dann nehmen wir ein Food Cube mit. Esscreme. Ja. Nehmen wir mal kurz ein paar Daleks warm. Und wir möchten bitte einmal... Hallo? Da. Ja, ja. Ne. Ne. Ne, ich hab nichts gegen deine Freunde oder so, aber ich brauch halt diese elektrischen Schaltkreise. So, ne. Naja. Kann ich ja nicht verärgern. Oh, schade. Da kann ich das nicht aufmachen. Anti-Radiation Effektor. Oh. Aua. Nehmen. Oh, wir sagen auch nach draußen. Wo sind wir denn? Es regnet. Es kann doch gar wo regnen. Das ist gerade. Oh. Oh. Äh. Jetzt sind meine Schützer gar nicht mit. Das sollten wir vielleicht mal alles direkt ändern. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich äh... Ah, wobei. Es geht. Lass uns... Äh. Aua. Aber das muss alles generieren. Deswegen lag das immer wieder. Unsere Spitzerke holen. Also ganz kurze Ruppler hier immer. So, Spitzerke, komm mit. Okay, von unten sieht das ja noch geiler aus. Jo. Raus dir. Andere Richtung. Bissin Delecanium fehlt... äh, man... Bissin Delecanium ist nicht schlimm. Was schlimm ist, dass wir nach oben müssen. Und ich hab keinen Plan wie. Ich kann einfach so mit der TARDIS noch mal ein paar Korinne hinlegen. Oh, ich weiß nicht, wie weit hier über... unter dem... unter der Erde sind. Ach ja. So, klingt gleich wieder heilig? Ach, da bist du. Okay, also. Also, also, also. Wir möchten bitte auf höheren 90 ungefähr. Safe. Ja. Und... So. Na komm. Äh, ich hoffe ich versteuer jetzt nicht, weil das ist eher meine größte Angst. Aber sieht nicht so aus. Alles gut. Äh, es wurde kein Bild generiert. Äh. Nö, wir sind... Oh. Na gut, ne? Wir brauchen die elektronischen Teile. Perfekt. Wir sind schon wieder bei dem Dungeon. Alter, was geht denn hier ab? Da ist ein Weißer. Wir brauchen elektronische Teile. Mein Gott. Wir brauchen noch mehr Schaltkreise. Kommende Seeschütteln. Wenn da jetzt wieder so eine Dalek-Armee drin ist, ne? Dann... Äh, joa. Ah, leck. Leck, 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 leck. Aua. Okay, das war etwas merkwürdig. Da oben ist einer. Wir stehen da, Leck. Oh, sag ich. Das ist so einer. Von den... Timeless Child-Dingen. Yes, hab ihn. Und wir tropen wieder nur Ammo. Ah. Wo sind die, die diese Schaltkreise droppen? Wahrscheinlich da drin, ey. Gucken wir mal. Titel der Folge, Dalek-Farm. Und vielleicht sogar... Unsere erste Karte. Au. Au. Ja, das war dumm. Das Ding in der Räte war auch irgendwie merkwürdig hier. Manchmal ist es offen. Warte, wie viel Ammo hab ich noch? Ich hab noch zwei. Zwei Schüsse. Mit dem Dalek. Ja, das müssen wir per Hand machen. Das müssen wir Hand anlegen. Huh, das war knapp. Okay. Äh, was ich mir gefragt hab, ob's hier unten total eigentlich weiter geht. Ah, ja. Oh, moin, äh. Ich bin gar nicht da. Interessant, ne? Warte, wie viele Pfeile hab ich? Null. Och, ich bin so ein... Komm, wer hat da das? Wir brauchen Pfeile. Warte. Ihr seht mich nicht. Warte, wir brauchen den grad sowieso nicht, also können wir ihn einfach da reinstecken. Hä. Jetzt lädt er da. Hm, 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 hm. Da sind Pfeile. 57. Zwei Pfeile brauchen wir, um Dalek zu töten. Also... Sollte... Ausreichen. Hoffentlich. Muss ich nur kurz ziehen. Ah, ah. What the heck? Gibt's also manche Daleks, die immun sind. W-what the fuck? Hallo. Wie seid ihr denn alle immun? Oh Gott. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Schokolade. Und Amo. Wo ist unser Gast? Unser Fulds Cube. Oh nein, die Anti-Radiation hebt das auf. Ich kann ja auch nicht schlagen, ist das Problem. Ähm. Wie mach ich die? Äh, dropp die nur. Die droppt nur, fuck. Okay, wer... Was ist das Problem? Ja, ja. Der Taktiv bin ich noch nie weit gekommen. Komm, schieß. Okay, haben wir... Haben wir nicht. Wow. Okay, ähm. Warte, ich will gucken, dass ich hier unten schröpste hier. Hier geht's also nicht weiter. Gut zu wissen. Oh nein. Er hat mich entdeckt. Der Daleks hat mich entdeckt. Der Daleks hat mich entdeckt. Und die Daleks, die kaputt sind? Komm her. Willst du schießen oder was? Ist einfach nur schrottmüde. Ja, ich weiß das hier auch nicht. Ach, wo seid. Ja, ist ja gut. Nummer 1. Uuuuh. Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Alter. Wieso regenerier ich mich denn nicht? Oh. Oh. Gut zu wissen. Da war ein elektronisches Ding drin, ne? Wir können das nicht heilen. Scheiße. Ähm. Ein Monitales hier hin. Wir müssen das mal wieder voll heilen. Holy shit. Oh. Habe ich genug Wolle, um mir ein Bett zu machen? Bitte. Dann bis bald. Ich hoffe nicht hier drin immer. Weil das ist ja an der gleichen Stelle. Ähm. Ah, nein. Oh, doch. Ne, wir haben unterschiedlich. Doch, haben wir. Oh, Gott, ey. Ja, ich weiß, wegen Crafty Dalek, dass du mich magst. Das habe ich schon gecheckt. So, das Bett packen wir in unser privates Schlafzimmer. Das wird hier hin kommen. Ach guck mal, es ist jetzt zahlreiche Begrenzung da unten. So groß kann man maximal bauen. Dalek City Block. Zum Beton. Das sieht jetzt etwas falsch aus, aber, ähm. Das ist ein Monster-Enerney. Nein. Sag nicht, weil... Ach man. Sag nicht, weil der Pink Fluffy Dalek ein Monster ist. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Du bist hier, ja? Ich stehe hier hin. Mal eben ganz schnell. Hop, 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 hop. Okay, so geht es. Träume. Oh, schönes. Hey, wir haben jetzt ein Zombie-Spawn-Point hier. War auch gut. Auf. In dem. Kampf. Mit. Seri Leben. Da drin. Bis jetzt noch nicht gestorben. War schon mal anfangen. Ja. Jetzt bist jetzt noch nicht gestorben. so wir sind überall schalker boxen hier sind über yes alter wir haben es wir haben unsere schaltkreise zusammen packen wir noch dass beide schalker kisten hierhin also guter schalker kisten fahren muss ich schon sagen so perfekt im knopf haben wir nur einen aber gut dark city blöcke cyton clockwork a bit of clockwork okay interessant dankeschön der kanium habe ich wieder 50 also es lohnt sich diese dinger jetzt zu machen ich habe neben der schalker kreis rucksack mit diesen cityblock keine ahnung warum ich sie mal mitnehmen aber naja wir haben also jetzt alles um unser ding jetzt zu machen was war das musste ich denn da reinpacken ist hier das noch ähm quarz genau genau craften wir das ding jetzt mal also drei von denen ein quarz in der mitte zwei silikon und drei brassingels okay das ding tun wir jetzt einfach in diesen kartenleser rein jetzt können wir mal kurz gucken wo sie ist da ist sie ich finde das ding relativ geil safe ja ich muss sagen fliegen wir zu overworld und lagen halt jetzt mal unsere sachen ein warte das ding muss sich schmelzen das ist ja ne die dalek ja erstmal hier hin dankeschön ähm clockwork schmelzen wir auch ein genau haben wir und haben wir perfekt so muss das sein das aus den zeitung blöcken die kristalle kommen wir können natürlich auch versuchen uns eigene teile zu kraften die haben wir ja jetzt vom spiel bekommen Alter, wie habe ich denn davon? Sollte ich mal alles umcraften? Mach mal auch mal schnell. Äh, dum-dum-dum-dum-dum. Da. Da, der Garnium. Da. Genau. Och, bin ich gerade bescheuert oder so? Ja, bin ich. Pfff. Ja, genau. Bin ich nicht in den letzten Dankeschön. Oh Mann, ich muss doch bei der Hand machen. Um. 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 23. Dingern, das ist eine gute Zahl. Wir können also anfangen uns eine Rüstung zu machen. Langsam aber sicher. So, Ammo behalten wir mal einfach immer. Ah, kommt schon im Dark Name. Wo war das? Kommt mit zu. Mob Drops. Witz und Fackel kommt mit hierin. Ähm. Hier kommt Ammo und, äh, hier so für alle wichtigen Sachen. Das sind wir auch noch. Perfekt. So sind wir perfekt ausgestattet. Und jetzt schauen wir uns mal unsere neue Hülle an. Und wir fliegen noch. Lull. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Okay, man kann auf jeden Fall rausgucken. Wir sind direkt auf einem Berg gelandet. Äh. Ja, ja. Leider nicht mit. Tut mir leid. Du lebst einfach da drin. Ja. Ja. Das ist wieder die Z-Koordinate, ne? Ah, fliegen wir mal 15 Blöcke in die Richtung. Oh, mein Gott, wie geil sieht das aus? Äh. Aber wobei, wir müssen das gleich machen. Wir haben den Schlüssel. Wir können einfach... Wir sind wieder hier. Och lol. Und ja, jetzt haben wir eben baune Schaf. Geil. Jetzt haben wir direkt... Pflegerweise hier spawnen. Naja. Ist doch gut, ne? So, Schlüssel kommen her. Nun wollen wir sich ja in voller Pracht bewundern. Oi. Musst uns hier mal ganz schnell reinquetschen, ne? Seht euch das an. Neues Outfit. Ich find's genial. Es sieht einfach geil aus. Ich weiß auch nicht, warum man es aus Quarz macht, aber gut. Jo. Also, ich... Vielen Glück fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge, wo wir... Auf... ... in die Zitat der L. Also, ciao. Leute.